Die VoxBox ist für Jugendliche und junge Erwachsene gemacht. Jugendliche und junge Menschen ist auch bescheuert. Normalerweise in einem Recording Setup hast du eine Person, ich sag mal einen Producer, der nimmt dich auf oder die nimmt dich auf. Und eine Person in der Booth, die rappt oder singt und die aufgenommen wird vom Producer. Wir wollten das alles in den selben Raum bringen. Lenny, kann ich nicht einfach eine neue Rekordspur machen? Ich denke, es ist gut, dass man selbstständig daran arbeiten kann. Zuhause hat man nicht die gleichen Gegenstände, Werkzeuge überhaupt, um zu arbeiten. Ich finde es sehr geil. Ich finde es eine krasse Idee, weil du kannst die ganze Zeit alleine hier sein. Keiner beobachtet dich. Das heißt, du kannst dein true Künstlerself einfach mal rauslassen. Und das ist einfach Bombe. Und das lieben wir. Wenn ich eine Idee habe, will ich sie umsetzen und direkt aufnehmen. Und deswegen ist es wichtig für mich, Zugang zu der VoxBox zu haben. Ich bin nur ein Bier bei mir. Das ist einfach. Ich bin nur ein Bier bei mir. Dann hab ich das auch schon mal rausgefallen. Es geht mir um, wenn du ein Bier hast. Ja. Drei.